Wirtschaft braucht Raum, um innovativ und erfolgreich zu sein. Dafür müssen die Areale bedürfnisgerecht und zeitnah weiterentwickelt werden. Doch wie schaffen wir das, dass die Areale für die Unternehmungen zur Verfügung stehen? Das wollen wir mit Ihnen, meine Damen und Herren, am nächsten Anlass, so in Zukunft diskutieren. Vor einem Jahr waren wir im Klibeck-Areal, ein spannender Anlass mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und den Behörden. Dieses Jahr sind wir im boomenden Bachgraben-Areal in Alschmin. Denn Raumentwicklung ist auch Wirtschaftsentwicklung. In der Region Basel gibt es zahlreiche und großflächige Transformationsareale. Doch bleibt die Entwicklung häufig hinter den Erwartungen und dem Potenzial zurück. Und auch die Bedürfnisse der Wirtschaft werden häufig zu wenig berücksichtigt. Am Fachkongresszone Zukunft werden wir sowohl die raumplanerischen Rahmenbedingungen als auch ausgewählte Arealprojekte aus dem In- und Ausland unter die Lupe nehmen. Seien Sie dabei, diskutieren Sie mit uns. Wir freuen uns auf Sie. those hier im Auftrag des WDR 200-Fiel. Wir freuen uns auf uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie. Sie bleiben uns auf die Anlass. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!